Ich wollte dieses Experiment schon lange durchführen. Es kann losgehen. Ich habe das Wichtigste vergessen. Er ist weg. Kommt. Mal sehen, was wir machen können. Ich fange an. Das geben wir auch noch dazu. Und die Hauptzutat. Schnell raus hier. Das haben wir genial gemacht. Ja, das hat Spaß gemacht. Sorry, ich bin zu spät. Lasst uns beginnen. Die Schüler sehen komisch aus. Sie sind blass, husten und haben Juckreiz. Ich muss mich konzentrieren. Oh nein. Die Schüler haben sich in Zombies verwandelt. Das ist eure nächste Aufgabe. Schreib da alles auf. Ich kann nichts sehen. Was ist denn? Alles ist so unscharf. Die Tafel ist zu weit weg. Okay, ich helfe dir. Warte. Pass gut auf. Oh, cool. Siehst du alles? Ja, danke. Gern geschehen. Meine Augen. Sie sind hier irgendwo. Hey, was suchst du denn? Ah, hab sie gefunden. Die Zombies kommen aus Haiti. Denke ich. Aber wir werden bald die ganze Welt übernehmen. Sieh mal. Essen. Ich hab Hunger. Essen. Was ist denn mit denen los? Wir haben Hunger. Fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Oh, hier. Ein Buch ist das beste Essen für das Gehirn. Gib her. Schreib dieses Shakespeare-Zitat auf. Molly, konzentrier dich. Ich bin doch konzentriert. Okay. Mein Arm. Zombies sind hier. Hilfe. Warte. Lass mich in Ruhe. Ich bin kein Zombie. Hilfe. Bitte. Hat auf mir zu folgen. Ich sitze in der Falle. Moment. Ein Zaubertrick. Mein Finger ist weg. Das kann ich auch. Seht ihr? Das hat geklappt. Oh nein. Ich kann mir die Hand abreißen. Und ich kann das mit meinem Fuß machen. Oh, ich falle. Was soll ich nur tun? Ich weiß. Ein mutiertes Gen, das auf gesunder DNA basiert. Ein Haar wird reichen. Ein Finger als Köder. Das müsste hinhauen. Hey Zombies. Hier ist ein Snack für euch. Der gehört mir. Wie lecker. Hat es geklappt? Hm. Oh. Was ist mit mir passiert? Ups. Äh. Jennifer hat sich in einen Lehrer verwandelt. Irgendwas ist schief gelaufen. Ich glaube, es ist niemand hier. Hi. Nein. Schon wieder Zombies. Tut mir nicht weh. Lasst mich in Ruhe, ihr blöden Monster. Oh. Heute ist er jetzt Geburtstag. Das bin ich. Yay. Hier ist deine Geburtstagstorte. Mit deiner Kerze. Aber ich habe kein Feuer. Ich schon. Ich werde die Kerze anzünden. Wünsch dir was. Okay. Alles Gute. Hier ist etwas Süßes. Ah. Hilfe. Hier bin ich erst mal in Sicherheit. Nein. Nee. Perfekt. Aber zuerst muss ich üben. Das Ziel ist ein Zombie-Kopf. Ich habe ihn fast getroffen. Und nochmal. Pfeiltreffer. Jetzt bin ich bereit. Zombies. Passt auf. Hey. Ich bin hier. Ich habe keine Pfeile mehr. Bye. Jetzt mische ich alles zusammen. Das ist mein Zombie-Kopf. Das ist mein Zombie-Köder. Das ist mein Zombie-Köder. Hilfe. Hey. Wer hat Hunger? Kommt her. Wow. Hirn. Folgt mir. Aber Junge. Friss. Friss. Das gehört alles mir. Lass die Süßigkeiten liegen. Mir ist schlecht. Ups. Ich gehe in den Spind. Hier, bitte. Bitte. Friss mich nicht. Du entkommst mir nicht. Ich weiß. Sieh mal da. Was meinst du? Baseball-Schläger. Hilf mir. Hilf mir. Ups. Was? Lippenstift? Eww. Ups. Das ist alles deine Schuld. Hilfe. Lippenstift. Paco. Gib mir die Gitarre. Es sind so viele. Ich weiß. Was für ein schreckliches Geräusch. Hör auf damit. Es hat geklappt. Ich bin sie los geworden. Hier ist niemand. Mal sehen. Zombies lieben Gehirne. Ich hab ne Idee. Ich werd meinen Kopf im Safe verstecken. Jetzt muss ich mich nicht mehr vor Zombies fürchten. Gehirne. Ist das ein Safe? Wollen wir ihn öffnen? Er ist verschlossen. Mist. Was machen wir jetzt? Es bringt nichts. Kommt. Es hat geklappt. Schnappt. Schnappt sie euch. Oh nein. Sie sind überall. Ich muss mich verstecken. Der Schreibtisch ist zu schwer. Hey. Könnt ihr mir helfen? Bitte. Bringt die Tische hier rüber. So ist es gut. Genial. Danke. Wir haben etwas vergessen. Greift sie. Sie werden mich kriegen. Was mache ich jetzt? Genial. Das gebe ich auch noch dazu. Das ist das perfekte Kaffee-Rezept. Die Zombies sind überall. Ich muss hier raus. Ich weiß. Ich bastle eine Hülle, um mich zu verstecken. Erledigt. Erledigt. Essen. Ich bin auch ein Zombie. Genau wie ihr. Das ist uninteressant. Mom? Ja. Ich bin noch in der Schule. Ups. Essen. Wo ist sie? Was ist das für ein komischer Geruch? Rektorin? Kommt ihr von dir? Das ist mein neues Parfüm. Magst du es? Oh. Das könnte funktionieren. Warte. Zombies. Kommt alle her. Meine Augen. Ich hoffe, es reicht für alle. Ich bin wieder ein Mensch. Meine Hände. Meine Hände. Ja. Wir sind wieder normal. Die Zombies sind weg. Endlich. Wir haben es geschafft. Yay. Essen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Bis zum nächsten Mal.